Ja, tach Leute, da sind wir schon wieder mit The Wildest of Hamlin und Gott sei Dank ist hier das Exit, weil ich nämlich schon wieder vergessen hatte, eine kleine Pause einzulegen. Und dann wären wir natürlich wieder Game Over gewesen, was nicht so toll ist. Ja, und jetzt scheint es ein Wasserlevel hier zu geben. Was ist denn das? Ich kann dem Wasser mal laufen. Das gefällt mir aber trotzdem nicht, dann nehme ich lieber hier den... Den, ähm, den Dings. Und da ist noch ein Kostüm und, oh, ich kann mir schon fast denken, was das ist. Das Krakenkostüm oder sowas. Na, Oktopuskostüm. Na, das wird ja ein Spaß werden. Dann... Dann... Oh, ja. Ich weiß noch gar nicht, wann ich das dann brauche. Ah, die... Gott sei Dank kommt die Flut aber mit, weil, ähm, wir brauchen das bestimmt bald. Ah ja, hier wahrscheinlich. Hier geht es entweder in die Richtung oder in die Richtung. Gehen wir erst mal hier lang. Oh, oh, oh. Was ist das denn für einer? Okay, und hier geht es jetzt nicht hoch. Dann packen wir doch mal das Krakenkostüm aus und wo ist es denn? Ah, hier. Oktopus can move in water. Ja, Leute, und wenn ihr gedacht habt, es geht nicht bekloppter, was die Kostüme angeht, es geht noch bekloppter. Hier haben wir es nämlich. Das ist so mit Abstand das bekloppteste Kostüm. Müssen wir jetzt hier hoch? Ja, ich glaube schon. Oh, die Riesenkrake. Jetzt bin ich leider auch runtergefallen. Muss die gute Flut nochmal sich umziehen und nochmal, ähm, ins Krakenkostüm. Und ja. Oh, und hier gibt es eine Menge. Menge Leckereien und eine Menge Geld. Oh. Jetzt ist sie wieder nicht aus dem Wasser rausgekommen. Da hängt sie rum. Dann halt nochmal Krakenkostüm. Oder, Moment, nee, 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 wir machen es anders. Affenkostüm. Yeah. Und ich würde sagen, hier. Ja, das war doch mal ein toller Move. Da können wir uns jetzt die Extra-Time holen. Und vielleicht gibt es da oben noch mehr. Da drüben ist ein Level-Up und Extra-Time. Okay. Flut kommt auch. Oh, ich hoffe, ich falle jetzt nicht irgendwo... Oh, in Abgrund. Oh, nee, da ist Gott sei Dank ein Boden. Das Problem ist jetzt nur mit der Flut. Ich weiß ja nicht, wo die... Da kommt sie. Gott sei Dank. Oh, und schon wieder so eine fette Krake. Ja, und das Extra-Leben holen wir uns natürlich mal. Haben wir schon lange keins mehr bekommen. Hier gehen wir nochmal direkt hier hoch. Und da ist natürlich alles voller Fallen wieder. Links, rechts. Oh. Oh, 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 oh. Das war wieder mal ein bisschen dumm. Okay, machen wir hier mal schnell Halt. Und... Oh. Ausgeschaltet, die Krake. Einfach weggepustet. Mit der Macht der Musik. So, und hier war das Extra-Leben. Und nochmal Extra-Time. Ja, und da ist noch ein Stern. Oh, und das heißt, dass wir danach ein Sonder-Level machen können. Und ich sehe gerade, wir haben schon fünf von diesen Sternen. Das heißt, wir könnten eigentlich... Ne, zwei Sonder-Level geht ja wahrscheinlich nicht. Und ich habe auch wieder volle Lebensenergie. Ich habe wohl irgendwas aufgesammelt. Das ist super, weil wir brauchen ja noch eine Menge Geld für, ähm... Für das Kostüm. Und, ach, nee. Genau das Kostüm nicht. Hier, das da. Oh. Oh, ich habe schon gedacht, dass ich jetzt draufgehe. Okay, wie machen wir das am besten? Mit dem Krakenkostüm kommt es ja nicht raus. Würde ich sagen, schneller switch dann zum, ähm... Zum Bird-Kostüm. Genau. Aus dem Wasser raus. In Bird. Oh, 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 oh. Ah, doch. Bird funktioniert auch unter Wasser. Da hätte man das Krakenkostüm eigentlich gar nicht gebraucht. Auch wieder ein bisschen strange. Oh, Bonus-Stage coming. Oh, vielleicht schaffen wir es ja mal, alle 100 Münzen einzusammeln. Hm. Dann nehmen wir doch einfach hier den... Den hier. Der ist zwar nicht ganz so schnell, aber... Wir sollten alles mitkriegen, oder? Oh, ich habe schon gedacht, dass wir da... ...eine Münze vergessen hätten. Level up. Wieder so drei... ...drei Leben. Und ja, das kommt alles aufs Sparbuch für das Bombenkostüm. Oh, und da gibt es sogar Extra-Time. Oh, jetzt habe ich die eine Münze da vergessen. Na, die... Das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Die will ich jetzt auch haben. Oh, okay. Oh. Oh, nein, 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 nein. Oh, wie dumm. Komm, runter. Okay, schnell. Oh. Oh. Ach, ja. Das Spiel kann so schön sein. Oh. Und es wird wieder düsterer. Oh. Also, ich sage jetzt schon mal, der Welt da draußen, die das sowieso nicht versteht, dass ich so ein Spiel spiele, ähm... Ich glaube, ich spiele nicht mehr ganz so viel von diesen Kalibern. Ich glaube, ich bleibe doch lieber bei meinen Strategiespielen, Pizza-Connection und, ähm... Was da alles noch in Zukunft kommen mag. Gibt es bestimmt noch ein paar andere schöne Sachen. Schön retro. Aber hier... Ich weiß nicht. Also, die ärgern mich ja schon manchmal ganz schön. Und deswegen weiß ich nicht so... Oh, yeah. Wie lange ich das durchhalte. Äh. Los. Ja. Und vielleicht hätte ich einfach mal runtergehen... Ah, nee, das ist bestimmt blöd. Ja, und hier oben sind auch wieder meine alten Lieblingsmonster aus der ersten Welt. Hier die... Die Gronx. Sag ich einfach mal. Die grünen Gronx. Oh. Da muss man schnell sein. Ah, okay. Schlüssel. Schlüssel ist natürlich, äh... Über alles. Also, den Schlüssel holen. Mit dem Curling. Ja, und... Am besten so, dass wir noch... Genau. Okay, Schlüssel geholt. Und jetzt wieder irgendwie hochkommen. Bäh. Ah. Die Geister sind so lame hier, wenn die sich da einfach an mich dran heften. Geht ja mal gar nicht. So. Einfach schnell hier drüber. Schnell, 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 schnell. Oh, okay. Ach, das ist aber gar nicht gut, wenn ihr jetzt wieder da unten hängt. Wie machen wir das denn am besten? Am besten hier runter. Flugzeug. Also, ähm... Vogel meine ich natürlich. So. Jetzt ist sie ja da. Na, wieder so ein, so ein, so ein, so ein, so ein kleinen Frosch hier. Und hier müssen wir eindeutig hochfliegen. Geld, Geld. Das nehmen wir alles mit. Und... Äh... Äh? Ach, okay. Ja. Hab schon gesehen. Es ging oben rechts weiter. Hab ich im ersten Moment aber nicht so gerafft, muss ich zugeben. Also werden wir jetzt so und genau hier oben weitermachen. Und do it again. So, wenn wir jetzt... Ist jetzt, schaffen wir es, ja. Okay, das geht nicht, ähm... Der sein könnte, dass man mit dem Vogelkostüm auch da die Wand... Oh, das ist nicht gut. Dann gehen wir schnell hier drüber. Und auch das ist nicht gut. Und ihn hier können wir schon abschießen. Aber jetzt haben wir wieder das Problem hier mit dem Vogel. Oh. Das war ja auch mal lustig. Problemlos ist mir nichts bringen. Moment, ich, ähm... Muss jetzt die Flut wiederholen. Ach, da drüben geht jetzt eine Tür. Ach, ja. Okay, Flut. Da ist er. Und hoch damit. Ja. Hoffentlich schafft es es, allein mit der Leiter hochzukommen. Na, komm. Ja. Ich muss unbedingt den Geist hier loswerden. So. Und viel Zeit haben wir nicht mehr. Also sowohl im Video wie auch hier, ähm... Im Level. Ah, zwei Fledermäuse. Was müssen wir hier machen? Ach, da geht's runter. Gehen wir hier noch durch. Gehen wir hier noch durch. Und danach machen wir eine kleine Pause. Nämlich genau hier. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Gehen wir jetzt. Ja. 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 Vielen Dank.